hallo youtube hier wieder surround gaming heute noch mit einem weiteren vertreter von den etwas größeren tvs wir gucken uns heute mal das acer line up an insbesondere den 42,5 zoll großen predator cg7 der jetzt auf dem markt erscheinen wird ist natürlich in unmittelbarer konkurrenz zu asus und den aorus von gigabyte den wir auf unserem channel schon getestet haben der aorus muss man klipp und klar sagen ist im moment unser benchmark auch wenn wir muss ich offen zugeben den asus jetzt nicht wirklich da hatten aber der asus ist einfach deutlich teurer und im moment kann er ihn aus meiner sicht einfach nicht schlagen weil preis leistung beim aorus ja einfach im moment top ist da kommt man wenn man in der region 1500 euro liegt einfach mit seinem produkt das sind locker mal 200 300 euro mehr für das gleiche gebotene nicht ran der predator cg7 ist ähnlicher natur das kann ich schon vorweg sagen man sieht ihn jetzt sage ich mal auf der offiziellen seite bei beim acer predator shop wie gesagt der ist eigentlich wenn man so will mit seinen vorgänger nahezu identisch der vorgänger war ja der acer predator cg4 37 kp je nachdem herstellungsland aber so ist die offizielle bezeichnung in deutschland gewesen da muss man jetzt ein bisschen aufpassen der wird oft auch verwechselt mit dem neuen modell weil die sehen nahezu identisch aus also acer hat da was produktdesign technisch angeht überhaupt nicht nichts geändert eigentlich am produkt also augenscheinlich sehe ich da nichts das ist genau die neuauflage sage ich mal des vorgängermodells sie haben natürlich nur an den problemen rumgeschraubt wo der acer predator sage ich mal der 42,5 zoll nämlich gekränkelt hat und das war die reaktionszeit beim panel das haben ja viele bemängelt dass im endeffekt der textfluss oder generell sage ich mal der bildfluss erst mal konnte das teil nur mit dem displayport 120 hertz abbilden das wäre sicherlich zu verschmerzen gewesen aber es hatte sage ich mal unerklärliche fraktale beziehungsweise bildqualitätsprobleme gegeben deswegen war der acer predator auch für mich so zum beispiel niemals oder nie eine alternative sage ich mal ich hatte mir mal in diversen stores sage ich mal angeschaut sicherlich muss ich gestehen ich hatte den auch nicht wirklich zum testen da deswegen will ich jetzt meine meinung beruht nur auf recherche arbeiten wo ich sozusagen das nachgelesen habe und das wiederholt sich doch relativ häufig dieses phänomen und dementsprechend glaube ich schon dass da was dran ist dass da wirklich ein qualitätsmangel einfach in sachen sage ich mal panel herrschte es hat natürlich sag ich mal als einer der erste und wirklich der erste 42,5 zoll panel 4k mit 120 hertz rausgehauen die 144 die im oc modus geschafft werden sollten waren auf dem papier nur marketing gedöhnt und letztendlich hatte er hdmi 2.0 zweimal displayport 1.4 er war g-sync kompatibel das sind alles sage ich mal nette werte auf dem papier aber aus meiner sicht konnte er einfach damals nicht abliefern und das für einen stolzen preis von um die 1500 euro der fällt jetzt dramatisch der vorgänger deswegen passt auf dass wenn er euch das ding doch mal ins auge fasst dass er nicht den vorgänger erwischt weil der neue ist zumindest sage ich mal was ein paar eckparameter angeht sage ich mal natürlich zeitgemäßer und greift natürlich dann schon eher den olymp sage ich mal mit dem aorus und den ja asus also sicherlich muss man sagen da immer noch im einklang zu sehen aber preislich das kann man jetzt schon vorweg nehmen spielt der predator in der liga vom asus nämlich mit 1499 gerade wird er sich auf dem markt erstmal wiederfinden je natürlich nach anfrage beziehungsweise nachfrage kann er schnell sage ich mal 100 euro droppen oder auch nach oben gehen heutzutage was wir uns jetzt hier ganz kurz angucken sind ein bisschen die specs dass wir da ans einfach mal abgleichen und den gleichen stand haben hdr 1000 zertifiziert ist er das war der vorgänger aber auch schon von der seite her hat sich da nicht viel getan nvidia nsync ist er wieder der hat den farbraum den üblichen von 90 prozent im p3 bereich 144 hertz hatten wir gesagt diesmal ein wirkliches 144 hertz panel bei 4k es ist auch ein vr panel das vorgänger hatte ja bgr sozusagen kategorie bei dem wissen wir es noch nicht wie das aufgelöst wird aber das kriegen wir sicherlich im laufe der ersten tests auch sage ich mal raus weil das kann gut passieren dass wir den auf jeden fall mal hier haben werden nicht weil wir ihn jetzt wahrscheinlich behalten wollen vielleicht ist er ja auch so gut und dann behalten man auch aber ich sag mal so angucken werden wir uns den auf jeden fall er wirbt auch gleich damit dass er sage ich mal konsolen ready ist ps5 xbox series x hdmi 2.1 und da natürlich die 120 hertz also wie gesagt er probiert auch die konsolengeneration abzugreifen beziehungsweise sieht er auch sein seine zielgruppe natürlich ansonsten gibt es hier nicht viel andersartiges wie gesagt type c hat er einen annäherungssensor hat er damit dimmt er sich sozusagen ein bisschen oder sage ich mal macht auch den standby modus automatisch rein oder weg er hat ein lichtsensor das ist vielleicht ein bisschen andersartig als zu den vergleichbaren produkten und das war es eigentlich schon also der hat jetzt von den feature sets nicht wirklich viel hat auch keine sage ich mal features on board wie taktile mit fadenkreuz und so weiter da sieht er sich anscheinend nicht in der beredulie sowas muss es anscheinend nicht liefern wollen sie vielleicht nicht die sache nacheffen was sozusagen andere haben weil ich sag mal so von der aufmachung ich meine bewährtes design kann ja bleiben er sieht von hinten schon ein bisschen asus gigabyte artig aus da merkt man auch glaube ich die verwandtschaft beziehungsweise dass dann fertiger hinter steckt der denke ich mal in beiden welten zu hause ist das wird sicherlich ein dritter für acer und für gigabyte aus basteln dementsprechend auch hier die eckdaten lesen sich doch alle sehr sehr bekannt zweimal zehn watt lautsprecher hat da drin was mich jetzt hier wundert doch hdmi hier angeblich hat er dreimal hdmi eingang zweimal displayport also er scheint noch ein hdmi 2.0 zu haben auch noch dabei zweimal displayport gut das hebt ihn natürlich ein bisschen ab dass er davon zwei hat er hatten hab on board einmal den upstream und er hat sogar vier usb also zweimal usb 3.0 und zweimal usb 2.0 dabei ansonsten ist das doch alles sehr sehr identisch und wie gesagt von optik würde ich jetzt sagen sicherlich geschmackssache ist ja normal hat einen relativ massiven fuß aber den würde ich euch raten wahrscheinlich bei allen versionen auszutauschen gegen was charmanteres wenn man schon so tief in die tasche greift dann sollte man ja da vielleicht auch noch mal etwas besseren fuß sage ich mal anpacken das sind sicherlich die schwachen punkte im endeffekt bei den allen dass die nur auf so einer metallstifte stehen aber da haben wir demnächst auch ein video noch mal zum aus ein kleines update wie gesagt hatte ich ja schon angekündigt wo wir auch mal kurz was vorstellen an zubehör was nicht jetzt vom hersteller kommt sondern eher dazu gekauft ist durch dritte und was ganz gut passt zu diesem bildschirm würde aber auch jetzt zu jeglichen anderen bildschirm passen das ist jetzt zu sagen nichts exklusives für den einen oder anderen sondern eher für die gängigen linien ja mehr kann man jetzt hier gar nicht rauslesen bei dem produkt warum sollte man es auch lange strecken am endeffekt wenn es auch so geht ist sicherlich ein produkt muss man sich mal angucken sollte man auf dem radar haben hat eine fernbedienung auch der hat die gleiche wie die philips fernbedienung aorus hat ja sozusagen eher diese fernbedienung wie von amazon tv sticks muss man sich das so vorstellen so ein bisschen minderwertiger als ein apple tv gerät hier haben wir so eine klassische fernbedienung wer die von philips kennt von dem 4k panel das ist genau die gleiche da sieht man auch schon da ist ein fertiger dahinter der für philips auch die produkte gebastelt hat aber sei es drum die ist sicherlich gut da kann man nichts meckern und wie gesagt was ja gut ist muss man ja nicht schlecht reden dementsprechend belassen was mal dabei ansonsten ist da nicht viel mehr rauszulesen verfügbarkeit sollte in kürzer erscheinen es kommen noch ein paar andere produkte raus acer hat auch sehr schnellen 360 herz monitor angekündigt aber ganz ehrlich für alle kompetitiven leute da draußen sicherlich können wir da mal ein auge drauf werfen aber ich sag mal so 360 herz ist für die breite masse dieses channels nichts erstrebenswertes alles was 144 herz ist ich sag mal bis 165 herz gegen meiner noch 240 manchmal die sind sag ich mal da merkt man schon ein flüssiges bild je nachdem natürlich ob eure hardware eurer peripherie auch wirklich die 240 frames abliefert in dem titel eurer wahl macht das wirklich sinn aber ich sag mal 144 ist absolut okay das wird auch der neue standard werden 144 herz 165 herz so in dem dreh und die frames muss man bei einigen titeln erstmal schaffen dass das wirklich im einklang ist ansonsten g-sync kompatibel sind die meisten geräte da denke ich mal wird sich der markt auch hin bewegen genauso wie das pendent von amd supporten dementsprechend da haben wir auch technologisch sich langsam auf ein paar standards geeinigt was ja auch sinn macht gut dann würde ich mal sagen belassen was dabei wie gesagt strecken müssen wir es nicht habt einen schönen tag und das nächste video kommt sicherlich sicherlich sind wir wieder zum anderen thema aber wollte ich nachreichen weil wie gesagt wir wollen ja nach und nach die ganzen sachen kompletieren kompletieren